Liebe Freunde, willkommen zu den News. Ja, gefühlt ein Jahr oder so habe ich keine News mehr gedreht und es hat sich natürlich einiges gesammelt, Fragen, Kommentare, Veränderungen hier in meiner Werkstatt und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, um euch das Ganze mal zu zeigen, um auf einige Themen einzugehen, damit wir das endlich mal beantwortet haben, geklärt haben. Die erste Frage war zum Beispiel von XY, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, wo denn meine ganzen Zwingen sind, weil man sie hier in der Werkstatt ja nicht sieht und deswegen nehme ich euch mal mit in den anderen Raum. Ich habe mir hier eine neue OSB-Wand gebaut, die ganzen Halter, die ich hier drüben hatte plus ein paar neue Halter dazu gebaut, um meine ganzen Zwingen hier aufzuhängen, das ganze Sortiment von Corpus Zwingen bis zu den Feder Zwingen, meine Klickklemms, meine Rahmenspanner und die Einhandzwingen, die alle habe ich jetzt übersichtlich an einem Platz und kann dann ganz bequem mir das nehmen, was ich brauche und das war mir wichtig, weil das gesamte Sortiment drüben in der Werkstatt war. Das war meistens immer hinter der Kamera, hat man sehr selten gesehen oder kaum gesehen. Ich brauche aber jetzt den Platz drüben, deswegen habe ich das Ganze hierher verfrachtet und habe dann eigentlich mehr überblickt, sieht besser aus, mich stört hier vorne nichts, ich kann überall ganz bequem dran. Was jetzt aber drüben an der Wand jetzt hängt oder was da steht, das zeige ich euch jetzt. Genau aus diesem Grund habe ich jetzt die Wand frei gemacht, hier hingen nämlich die ganzen Zwingen und somit konnte ich jetzt hier den Platz für meinen Frästisch nutzen, aber auch für die Tischbaumaschine, die ich jetzt hier mittlerweile fest montiert habe. Die Tischbaumaschine, die war mal auf der Werkbank hinten, die stand mal im Nebenraum, die habe ich dann immer rüber geschleppt, was ja eigentlich total sinnlos ist, aber so habe ich jetzt Platz gewonnen und kann jetzt wirklich problemlos an die Maschinen dran und dran arbeiten und wenn ich mal etwas Größeres fräsen muss oder irgendetwas, der Tisch ist auf Rollen, ich kann es in die Mitte der Werkstatt fahren und das Ganze dann dort nutzen. Auf der linken Seite befindet sich, also von mir aus gesehen, auf der linken Seite befindet sich dann direkt die Tischkreissäge, wo ich jetzt meine Zuschnitte machen kann, meine Absauganlage ist hier und das Ganze ist auf Rollen, ich kann auch das hin und her bewegen, unproblematisch und wenn ich jetzt mal gerade größere Sachen zusägen muss, kann ich sie wie gesagt in den Raum hineinfahren und dann meine größeren Platten zusägen, aber für ganz große Sachen nehme ich ja sowieso meine Tauchsäge, von daher ist das sehr selten der Fall. In den letzten drei Jahren habe ich wirklich einige Male Kommentare gelesen, dass es wirklich sehr, sehr gefährlich ist, wie ich an der Tischkreissäge arbeite, dass da die Finger vielleicht zu nah am Sägeblatt sind und wo ist die Schutzhaube, warum nutzt du nicht dein Spaltkeil oder ähnliches. Jetzt habe ich endlich meine Schutzhaube montiert, da werde ich demnächst auch vielleicht irgendwann einen Absaugschlauch montieren, da fehlt mir noch dieses Y-Stück, Adapterstück, deswegen werde ich das erstmal so lassen, damit ich wenigstens die Finger geschützt habe. Muss mich natürlich auch, um ehrlich zu sein, daran gewöhnen. Dieser Klemmhebel war der Grund, warum ich diese Schutzhaube nicht genutzt habe. Ihr müsst euch das so vorstellen, der ist normalerweise auf der rechten Seite bei mir und wenn ich jetzt mit dem Parallelanschlag ranfahre, dann stört das nämlich und kann da keine kleineren Stücke sägen und das war der Grund, warum ich diese Schutzhaube nicht genutzt habe. Ihr hattet ja vollkommen recht, wenn ich mir die Videos manchmal angeschaut habe, dann sah ich da auch so hin und wieder mal so diese Gefahrenstelle und habe mir dann auch gedacht, Ali, da musst du auf jeden Fall was ändern. Das muss dran, das würde ich auch jedem von euch empfehlen. Ich habe auch jetzt die Tage damit gearbeitet und muss sagen, es geht, es funktioniert, es ist super, man fühlt sich wirklich viel, viel sicherer. Apropos Tischkreissäge, ich habe mir jetzt vor kurzem hier aus den Resten, weil ich ja dabei war, jetzt in der Woche ein paar Reste zu nutzen und nicht wegzuschmeißen, habe ich mir ja das ein oder andere Stück gebaut, wie zum Beispiel auch diesen kleinen Tisch für die Tischbaumaschine und habe mir einen kleinen Schiebeschlitten gebaut. Das sieht dann halt so aus. Das ist kein Massivholz, das ist eine Spanplatte. Eine Spanplatte ist formstabil, auch damit kann man richtig coole Sachen bauen, wie ihr sehen könnt. Das ist eine dünne Multiplexplatte, so eine Sperrholzplatte, die sehr stabil ist und die Kanten, die habe ich einfach mit so dünnen Leisten funiert, damit das Ganze schöner aussieht. Wenn wir schon mal dabei sind, über Reste zu sprechen, zeige ich euch hier mal diesen Abschnitt von meiner Werkbankplatte, die jetzt auch monatelang da rum stand. Da habe ich das Ganze mit so einem Klavierband an der Werkbank befestigt und mir hier einen Fuß zugeschnitten, den ich hier problemlos drunter stellen kann, um hier an dieser Arbeitsfläche zu arbeiten. Dafür nehme ich mir einfach hier diesen Hocker, den ich auch vor kurzem gebaut habe bzw. die Sitzfläche gebaut habe, kann mich dann schön gemütlich an den Tisch setzen und kann dann hier meine oder einige Arbeiten dann im Sitzen erledigen. An diese Stütze habe ich ein paar Magnete, ein paar Magnete reingeklebt auf der Kante und diese Magnete, die halten das Ganze an der Stahlstrebe, die ich hier drunter habe. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass an der Wand hier was fehlt. Und zwar ist es der Absaugwagen, den ich vor einiger Zeit gebaut hatte, wo ich hier meinen Staubsauger, den Zyklonabscheider mit der Tonne drin hatte und den Absaugwagen hier immer an der Wand stehen hatte. Ich habe den Wagen eigentlich nie von der Stelle gerührt. Also das Ding hat immer hier gestanden. Es stand mir eigentlich auch nur im Weg. Gerade jetzt, wo die Tischbaumaschine und der Frästisch dazu kam und ich die Wand frei haben wollte, habe ich mir gedacht, komm baust du das Ding auseinander. Nur was machst du mit den ganzen Sachen? Wohin damit? Bisher war das Problem, also eigentlich war die Idee, das Ganze von Anfang an in die Werkbank zu verbauen, aber da war mir diese Blechtonne zu hoch. Ja, was mache ich da? Habe die Blechtonne einfach entfernt und stattdessen habe ich mir aus Multiplex eine Box gebaut, wo dann der Zyklonabscheider eigentlich das System, das Prinzip ist immer dasselbe, nur dass ich den Behälter selber gebaut habe und den Zyklonabscheider, diesen Dust Commander dann an diese Box verschraubt habe. Hier habe ich einen Halter gebaut, der kam ziemlich gut an bei euch, beziehungsweise auf Instagram, haben einige Leute gesagt, ey, mal eine andere Art, eine andere Lösung. Gerade jetzt für den Merkerschleifer, den kann man hier schön aufhängen und auch den Schlauch mit dem Kabel an den zweiten Halter dranhängen und schon ist das Ganze an einem Platz, man kann es direkt nehmen und loslegen. Also anstöpseln, einschalten, loslegen. Was mir aber noch nicht ganz gefällt ist, dass mein Dickenhubel, der ist auch hier noch in der Werkbank unten drin, ist halt ein bisschen blöd, wenn man den da immer wieder rausziehen, schweres Teil auf die Werkbank setzen, anschließen und und und. Auch dafür werde ich sehr wahrscheinlich in Zukunft einen Wagen bauen, den ich mir dann nebenan irgendwo in die Ecke stelle und mal schnell abrichten kann, beziehungsweise auf Dicke hobeln kann, dass er dann halt einsatzbereit ist, wenn man den braucht. Immer wieder da rausheben muss, ist halt nicht schön. Ja, nicht schön. Was gibt es noch, was nicht schön ist? Was nicht schön ist, ist auch mein Boden. Ich habe ja einen Betonboden, der nicht versiegelt ist. Habt ihr vielleicht gerade eben gesehen, ist euch vielleicht aufgefallen. Und zwar seht ihr hier genau da, da hatte ich mal ein bisschen Lack aufgetragen, Bodenlack. Hier war ja der Durchbruch, das wird alles noch verkleidet. Hier habe ich nämlich lackiert und der Lack, der platzt komplett auf. Obwohl ich da so eine Grundierung aufgetragen habe, der Lack, der hält nicht. Und das ist wirklich, wirklich schlecht. Das sieht erstens nicht schön aus, aber es geht auch hier nicht nur um das Aussehen, sondern wenn ich jetzt hier mal kehre, sauber machen muss, dann staubt es extrem. Deshalb werde ich höchstwahrscheinlich hier einen Holzboden verlegen. Ob das jetzt Echtholz sein wird oder USB-Platten, da bin ich mir noch nicht sicher. Dazu wird es in Zukunft auch ein paar Informationen geben, aber ein Holzboden soll auf jeden Fall kommen. Ich möchte keine Gummimatten, ich möchte auch kein Epoxidharz oder irgendetwas haben, also so ein Epoxidfarblack oder was auch immer. Das will ich hier nicht haben, weil nämlich so ein Holzboden natürlich viel, viel gemütlicher ist. Gerade wenn man jetzt fünf bis sechs Stunden oder länger hier in der Werkstatt steht, das geht dann wirklich in den Rücken. Das hatte ich glaube ich schon mal gesagt damals, aber das soll auch auf jeden Fall gemacht werden. Was ich natürlich auch sehr, sehr wichtig finde, eine Heizung hier in die Werkstatt einzubauen. Mal schauen. Das sind alles so die Pläne. Das ist alles, das kostet alles Geld, Zeit und ja gut, die Zeit kann man sich ja irgendwie einplanen, aber die Kohle, ja alles auf einmal ist natürlich nicht einfach. Auch das war mal so ein Thema. Da hat mir auch einer jemand geschrieben, hör mal, deine Werkstatt sieht ziemlich cool aus, aber du sollst auch mal ein bisschen was hier für die Heizung investieren, weil in der Kälte ist es natürlich scheiße zu arbeiten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Deshalb wird das dieses Jahr hoffentlich auch geklärt, dass ich dann im nächsten Winter dann hier im Warmen arbeiten kann. Apropos warm, ich freue mich auf den Sommer, der ist zwar bei uns noch nicht angekommen, dass wir endlich mal hier aus den dicken Klamotten rauskommen und hier mal schön im Warmen arbeiten können. Auf coole Projekte freue ich mich, sei es der Terrassenboden oder auch ein Gartenprojekt, da möchte ich mir eine kleine Hütte hinstellen, wo ich meine ganzen Gartengeräte schön lagern kann und und und. Es gibt viel zu tun noch, aber ich freue mich, ich freue mich auch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich bedanke mich und wünsche euch eine angenehme Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschills. Ciao. 1500 Heiliger